Herzlich Willkommen zurück zu Lara Croft Zugtraiter Follower in der Reihenfolge oder anders. Egal. Erklemmen sie den Funkturm. Bergbasis haben wir 100% gemeistert. Das ist gut. Mittlerweile haben wir auch ein Maschinengewehr. Oh, da ist noch Bergungsgut. 15. Ich weiß, ich habe keine Ahnung wo es weiter geht, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. Was? Also besser nicht an die Rohre kommen. Nix funktioniert hier, aber überhaupt noch die Einsatzrohre funktionieren. Oh, ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. Dafür schneit es. Wie sieht es denn hier aus? Zwei Lager, zwei Dokumente, zwei Reliquien. Da kannst du mal rauszoomen hier. Ist nicht so groß. Der Bereich. Schatzkarten. Eine. Zwei Geogastastor. Sollten wir hinkriegen. Ja. Hast du gut beobachtet. Oh. Hm. Hm. Och. Manchmal muss man etwas trinken. Da ist schon mal ein Lager. Ja. Sonst aber auch erstmal nichts. So. Machen kann ich hier nichts. Jetzt haben wir schon mal ein Lager gefunden. War ja nicht so schwierig, ne. Oh, ist echt hilfreich. Hätte ich mal schon vorher machen sollen. Ach, immer dasselbe. Immer verpasse ich den Moment, ne. Oder F drücken sonst. Schnee. Das ist doch nicht normal. Man. Wervt. Echt. Ne. Da reicht nicht, dass du F drückst. Da musst du auch genau einen richtigen Moment F drücken. Wervt. 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 Dannряд. Wervt. 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 Ist der, was ist der, ach, hab ich den doch erwischt. Hör nicht, dass hier noch einer kommt. Wie ist der, jetzt hätte ich das gewusst. Shit. Hä? Oh, da oben, ey. Okay. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Mhm. Und die Ecke war eben noch was. Abolition. Ich bin zwei, hier liegen sie. Ich bin zwei, hier liegen sie. Hängt da der Pfeil. Ach, da kann ich. Hm. Da muss ich hoch. Komme ich denn von da auch irgendwie... Hier, ne? Ja. Gut. Ja. Ja. Das war's. Erfolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Gut. Und Lagerdokumente, Reliquien. Höher komme ich jetzt aber nicht mehr. Nein. Leider. Nein. Leider war auch. Da oben aber noch irgendwie, ne? Oder komme ich da von hier nicht hin? Nee. Musst du da irgendwie hochkommen? Weil da ist ja auch so ne... Oh, wie? Hm. Kannst du noch was ausprobieren? Hm. Okay. Guck ich jetzt hoch? Äh? Doch, nicht so'n Scheiß hier. Ich glaub da oben ist nix mehr. Ich kann's mir nicht vorstellen. Vorerst ist das ein Längerversuche. Und... Ah. 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 Ich bin direkt. Mach ich. Ah. 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 Komm, du raus. Scheiße. Komm. Ja, guck doch mal da oben. Es wuchst mich jetzt. Scheiße. Oh, c'est weg. C'est que von mir. Es wuchst mich jetzt. Du schaffst. Aha, jetzt habe ich von dem Bogen was gefunden, ne? Okay. Hä, da geht es doch hoch. Frechheit. Ich bring da mal da hoch, du. Will sie nicht. Okay, jetzt sage ich aber wohl nicht weiter. Da ist nichts. Auch nichts. Gut. Ja, ne? Die zwei müssen in die Säcke. Das ist auch nichts. Ach, ich habe mal kurz F gedrückt gerade. Gut. Oh. Wart man jetzt? Wart man gerade mit der Lara los? Hallo? Hallo? Oh, wir gehen hier nochmal loslassen. Ich habe mir gedacht F. F wird nicht. Ja. Alles klar. Ausweichen. Genau. Ja, nein. Du hast da. Wer ist da? Ich bin hierher. Ja. Was ist da? Alles klar. Was ist das? Ach. Oh. 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 Mhm, durch die Tür hier. Dann gehen wir erst mal raus. So. Tja. Zweite Lager. Oh, Leute, ist sicher, der Park ist vorbei. Scheiße, Leute, wir sehen uns im Essen bald. Bis dahin, ciao.